Die erste Sache, bevor alles vor allem, ich möchte die richtige Position. Die Position von 2.0 zu starten. Du bist genau da und du öffnest. Okay, face, face, ja. Okay, öffnest du. Right da. Das ist eine gute Position. Auf. Buss auf der Front. Nachdem du kannst du einen Ministep mit dieser, um mit deinem Momentum zu engagieren. Wie ... Also, du fühlst du jetzt, dein Körper ist auf diesen Legen, richtig? Du fühlst du? Du spielst du. Und nachdem du einen Ministep mit einem Ministep, um zu engagieren. Ein Ministep, du spielst du Momentum und dein Kraft, dein Körper auf diesen Legen. Es ist sehr wichtig, um zu generieren das Momentum. Also, ich bin da. Spielst du. Spielst du. Engage. Und von dieser Position, ich werde ein Momentum weiterentwickeln. Ein. Engage. Oh, ja. Yes, get it. Yes, get it? Yes, yes, yes. Yes, get it. Yes, No, no. Yes. I'm so carOT. Yes, I'm so... We're going and goin' to Seoul,